Dreieinhalb Millionen Jets starten und landen jährlich auf deutschen Flughäfen. Auch viele ausländische Maschinen. Nicht immer entsprechen sie dem europäischen Sicherheitsstandard. Kontrolleure fahnden nach den schwarzen Schafen. Sie kommen immer unangemeldet. Die Kontrolleure haben auf dem Münchner Flughafen einen Airbus aus Peking im Visier. Mit dem Logo Star Lines. Für eine chinesische Maschine ungewöhnlich. Star Allianz-Flieger. Ja, jedes Star Allianz-Member muss mindestens ein Flugzeug in Star Allianz-Lockerung haben. Aber das glaube ich nicht. Hey, du hast recht. Das habe ich noch nie gesehen. Das war auch das Verhängnis der Spanne. Die Besatzung der Maschine ahnt noch nichts von dem Besuch der Kontrolleure. Die drei Männer gehören zur sogenannten Task Force, einer speziellen Einsatzgruppe des Luftfahrtbundesamtes. Sie haben die Aufgabe, ausländische Flugzeuge auf Menge zu überprüfen. Olaf Zernig checkt den Flieger von außen. Tritt Hydraulikflüssigkeit aus? Sind die Reifen in Ordnung? In welchem Zustand sind die Triebwerke? Im Cockpit lässt sich sein Kollege Dieter Bauer-Eis Lizenzen, Zulassung und Versicherungspolizen des Flugzeugs zeigen. Der Dritte im Bunde. Harry Wagner überprüft derweil die Kabine und staunt über das mangelhafte Englisch der Chef-Stewardess. Ist hier jemand, der Englisch spricht? Ich brauche jemanden. Endlich, es kann losgehen. Er schaut nach, ob die Sauerstoffflaschen für das Kabinenpersonal an ihrem Platz sind. Und ob die Maschine über Feuerlöscher und Verbandskästen für die medizinische Notversorgung verfügt. Er will die Toilette überprüfen, doch die ist besetzt. Dann möchte Harry Wagner wissen, ob die Notbeleuchtung funktioniert. Das Lämmchen in der Toilette. Der Hinweis für den Passagier, im Notfall seinen Sitzplatz wieder einzunehmen, streikt. Die Stewardessen werden langsam nervös. Wagner bot weiter, ob genügend Sicherheitskarten mit Verhaltensregeln für den Notfall vorliegen. Doch die sind zur Zeit nicht zugänglich, gesteht die Chef-Stewardess. Was machst du? Was machst du? Wenn du etwas brauchst. Wagner reagiert gereizt. Was, wenn sie im Notfall gebraucht werden? Alles nur kleine Mängel, die aber im Ernstfall zum Problem werden können, meint der Prüfer. Dann gehen wir mal weiter. Das ist so toll heute. Jede Beanstandung wird penibel protokolliert. Schliesslich tauchen die Sicherheitskarten doch noch auf. Ah, in Mac, okay. Ja, ist okay. Okay, that's enough. This is enough. This is enough. Ja, I know to see some of this. Top-out system, ist okay. Die können fast, fast alle nicht englisch. Also, von der Seite, allerdings ist es schwierig. Ja, natürlich. Ich meine, wenn ein Emergency ist und in der Luft etwas passiert. Dicke Luft im Cockpit. Die Flugzeugpapiere sind nicht vollständig. 523. Ja. Okay. This is... Okay. Harry Wagner kämpft sich unterdessen radebrechend weiter durch das Programm. Nächster Punkt. Das Handbuch für das Kabinenpersonal. Cabin-Preparation-Checklist. Ah, ne... Manual, manual. Cabin-Manual. Ja? No, no. Keine License. No License. Nicht die Lizenz will er, sondern den Leitfaden für das Servicepersonal. Dann kommt das Handbuch. Leider nur auf Chinesisch. Ja, und das soll ich jetzt verstehen. Das sollte ich jetzt verstehen. This is your operating manual. Sie versteht kein Wort. Ja. Okay. Sie könne ihm das alles auf Englisch übersetzen, behauptet eine andere Stewardess und legt gleich los. On, yes. Okay. We need to make the announcement, let the passengers know, we are reviewing. Okay. And ask the passengers, we make a seat. And don't fasten the seat out. Ich kann es nicht übersetzen und sie erklärt mir das jetzt und ich kann das nur akzeptieren. Also was soll ich sonst machen? So wollen wir mal kurz uns besprechen. Gehen wir nach hinten, setzen wir uns vor. Ganz gerne. Kollege Bauer-Eis ist im Cockpit fündig geworden. Dem Flugzeug fehlt der Versicherungsnachweis. Wie war es von dir aus in der Kabine? Die Kabine ist okay. Die Kabine ist okay. Zumindest so, dass man sagen kann, der Flieger ist okay. Also trainiert sind sie auch. Okay, ich mache jetzt ein Dreier-Finding draus. Also er hat keine? Er hat nichts. Er hat nichts. Der kann jetzt so nicht fliegen. Er muss die Versicherungsbescheinigung uns zeigen, damit wir ihn wieder releasen können. Das kann dauern. Das kann jetzt dauern, ja. Mindestens drei Stunden kann das schon mal dauern. Startverbot. Der Käpt'n ist entsetzt. Er telefoniert mit Peking und holt die Verantwortlichen aus den Federn. Sie sollen die fehlenden Urkunden so schnell wie möglich faxen. Der Tag fängt ja gut an, stöhnt Harry Wagner. Have a nice day and a good and safe flight back home. Bye bye. Was a pleasure to meet you. Der Käpt'n hat Peking informiert. Jetzt macht er Feierabend. Eine neue Crew wird den Flieger übernehmen und mit ihm das Versicherungsproblem. Die Passagiere müssen sich wohl oder übel auf stundenlanges Warten einstellen. Die Kontrolleure machen derweil einen Abstecher zu den Kollegen der Flugsicherung. Dort haben sie Einblick in die aktuellen Flugpläne und können so das weitere Tagesprogramm abstimmen. Herr Wartenbüller, dürfen wir ganz kurz mal einen Monitor? Sie können hin. Welche Seite brauchen Sie? Ich brauche jetzt die aktuelle 22. Wie ist okay? Der nächste ist jetzt für uns die Charlie Fox. Die ist noch nicht im Monitor. Gehen Sie mal weiter? 14, 10, also 16, 10, local. Sollte die da sein? Charlie Fox, Schedule 16, 12. Da ist er. Eine estnische Maschine aus Tallinn im Landeanflug. Die ist schon lange überfällig. Das Team macht sich auf den Weg. Wir haben schon wieder Jagdfieber gekriegt, ne, Olaf? Ja, ja. Wagner war früher selbst Pilot. Vermisst er die Fliegerei? Natürlich. Wenn ich dürfte, würde ich sofort wieder fliegen. Aber ich darf nicht mehr. Ich bin fluguntauglich. Ich hatte irgendwann mal eine sehr, sehr starke Krankheit. Und ich durfte nicht mehr. Begonnen hat er als Hubschrauberpilot beim Bund, erzählt uns der 57-Jährige. Dann stieg er auf Verkehrsmaschinen um. Die sind jetzt in der Ghetto-Ford. Schaffen wir das noch daher? Da fahren wir doch gerade rüber. Okay, aber gleich rüber. Okay, please wait there. Früher als erwartet. Ein Anruf von der chinesischen Maschine. Die fehlenden Unterlagen sind eingetroffen. Die Kontrolleure sollen sofort kommen. Glück für den Flieger aus Estland. Er ist noch einmal davongekommen. Olaf Zernig überprüft die Echtheit der Papiere. Alles okay. Der Stationsmanagerin fällt ein Stein vom Herzen. Der Flieger darf den Rückflug antreten. Eine Stunde später in der Außenstelle des Luftfahrtbundesamtes in München. Aber sicher doch. Den Dreier am besten zuerst. Sowieso der Wichtige. Hier geben die Kontrolleure die gefundenen Sicherheitsmängel in eine Datenbank ein, auf die alle europäischen Luftfahrtbehörden zugreifen können. Fluglinien, die öfters auffällig werden, droht ein Eintrag in die schwarze Liste. Die Folge, europaweites Start- und Landeverbot. Das gilt derzeit für ca. 150 Airlines. V.a. bei afrikanischen und asiatischen Fluggesellschaften stieß die Truppe des Luftfahrtbundesamtes auf schwerwiegende Menge. Die Taskforce ist 1996 gegründet worden. Damals gab es einen spektakulären Unfall. Das war die Birgin Air, ein türkischer Operator, der in der Dominikanischen Republik mit größtenteils deutschen Urlaubern an Bord abgestürzt ist. Unfallursache damals, eine defekte Geschwindigkeitsanzeige sowie gravierende Pilotenfehler. 163 deutsche Urlauber starben. Die Luftfahrtbehörde rief die Taskforce ins Leben. Dann kam es zunehmend auch mit Kooperationen mit Holland und Frankreich. Und daraus ist dann dieses europäische Programm erwachsen. 30 Länder folgten dem deutschen Beispiel. Mit unangekündigten Kontrollen auf ihren Flughäfen sorgen sie europaweit für mehr Sicherheit in den Lüften. Ortswechsel. Flughafen Hamburg. Auch hier ist ein Team der Taskforce im Einsatz. Michael Weger und sein Kollege Viktor Konrad knöpfen sich eine russische Boeing 737-300 vor. Derselbe Flugzeugtyp, der vor drei Jahren in der Nähe von Athen abgestürzt ist. Die Maschine kommt aus Kaliningrad. Viktor Konrad will zuerst das Bodenernährungssystem kontrollieren, das die Piloten akustisch und optisch warnt, wenn der Flieger dem Erdboden zu nahe kommt. Das Gerät ist ein Muss in allen europäischen Verkehrsflugzeugen. Caution, Obstacle. Caution, Obstacle. Obstacle. Michael Weger hat inzwischen die Kabine inspiziert. Ohne Beanstandung. Viktor, ich bin draußen. Der Kontrolleur nimmt die Tragflächen unter die Lupe. Er sieht nach, ob Lack abblättert oder ob Schrauben oder Nieten fehlen. Auch er war früher lange Jahre Pilot. Die Reifen sind in gutem Zustand. Die Reifen sind in sehr gutem Zustand sogar. Man sieht natürlich Landungsspuren hier, aber das ist völlig normal. Man muss sich das folgendermaßen überlegen. Das ist ja, man setzt mit der Geschwindigkeit eines Formel-1-Wagens auf und dem Gewicht eines LKWs pro Reifen. Ja, und das ist natürlich eine Höchstbelastung für diese Reifen. Und deswegen Hauptaugenmerk auch bei uns ist, wir sehen die Reifen aus, aber in diesem Fall gibt es keine Beanstandung. Das ist alles okay. Nicht okay ist eine Öllache unter dem linken Triebwerk. Das Triebwerk leckt. Noch im Bereich des Zulässigen, aber bereits hart an der Grenze. Michael Wieger lässt den Kapitän rufen. Das Öl ist definitiv von diesem Triebwerk, sagt er. Da ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Zurück in Kaliningrad muss der Schaden umgehend behoben werden. Für mich ist es die erste Kontrolle. Und wie fühlen Sie sich? Offensichtlich nicht gerade wohl in seiner Haut. Er hat es überstanden. Bis auf das leckende Triebwerk ist sein Flugzeug in Ordnung. Lediglich sechs Prüfteams sind bundesweit im Einsatz. Stichprobenartig kontrollieren sie, ob die über tausend ausländischen Fluggesellschaften mit Einflugrecht nach Deutschland die Sicherheitsauflagen einhalten. Also wir siedeln unsere Checks eigentlich so an, dass die regelmäßig mindestens alle sechs Monate gecheckt werden. Bei problematischen Fällen, wie wir schon vorhin gesagt haben, ein bisschen öfter. Aber also die Grundvoraussetzung, also Minimum-Check pro Halbjahr ist einer. So, rein theoretisch müsste er jetzt hier stehen. Doch die Maschine aus Teheran verspätet sich. Das ist die Gelegenheit für die Prüfer, uns ein paar Fotos von besonders dramatischen Fällen aus ihrem Arbeitsalltag zu zeigen. Da ist irgendein Arbeitsgerät in den Flieger reingefahren. Da würde ich mich auch als Pilot nicht mehr sicher fühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Maschine ohne Bremsen haben sie in Berlin-Schönefeld entdeckt. Normalerweise wäre hier ein Bolzen durchgegangen, der das hier gesichert hätte, die Strebe. Das haben die mit dem Lappen zusammengebunden. Damit sind die geflogen? Ja, angekommen mindestens. Wir haben die auf der Warte gewischt. Die werden auch damit gestartet sein, nehme ich an. Ja, die, wenn wir nicht gewischt hätten, dann hätten die gestartet. Ob die Maschine tatsächlich noch eine weitere Landung heil überstanden hätte, bezweifeln die Kontrolleure. Victor, wie machen wir es jetzt? Du Cockpit, ich kann mich nicht mehr machen. Endlich ist das Flugzeug aus Teheran eingetroffen. Okay, dann, go for the Megaphones. Megaphone, Sicherheitswesten sind an ihrem Platz. Auf die Notfallausrüstung haben die Männer der Taskforce ein besonders wachsames Auge. I need to see the portable oxygen and masks. Handfeierstignation hier. Viel Zeit, die rund 50 Punkte umfassende Checkliste abzuarbeiten, haben sie nicht. Die Standzeiten sind kurz und der Flugbetrieb soll nicht unnötig behindert werden. Und heute Morgen hat das noch funktioniert? Das war okay. Und was ist, wenn der Notfall eintritt? Keine Ahnung. Im Falle eines Notfalles müssen die da ungehend einen Zugang haben und das ist im Moment nicht der Fall. Und das bleibt jetzt zu klären. Das würde jetzt also von meiner Seite auch nur einen Hinweis geben an den Kapitän, dass das also dann doch schon das öfter mal überprüft werden muss. Der iranische Kapitän wird verwarnt. Er weiß, wenn er noch einmal beanstandet wird, hat das ernste Folgen. Tatsächlich begrüßen wir diese Kontrollen. Sie helfen uns, die Sicherheit an Bord zu verbessern. Kaum haben die Kontrolleure den Flieger verlassen, strömen die Passagiere an Bord. Der Zeitplan der Airlines ist eng. Jede Verzögerung kostet Geld. Die beiden Prüfer machen schnell noch den Aussage-Check. Kein Ölverlust, nichts dran. Schon 15 Jahre ist der iranische Airbus im Dienst. Was sagen Sie so zu dem Zustand der Maschine? Der Zustand ist dafür, dass sie unter dem UN-Umbargo zu leiden haben oder beziehungsweise dem unterstellt sind, ist er eigentlich noch zufriedenstellend, muss man ganz ehrlich sagen. Und was bedeutet das UN-Umbargo? Dass die für diese Flugzeugtypen im Moment keine Ersatzteile bekommen können, beziehungsweise nicht auf offiziellen Wegen. Das ist also gesagt worden, da gibt es keine Teile mehr, keine Ersatzteile mehr. Und die müssen also versuchen, ihre Operation, ihren Flugbetrieb unter Einbeziehung dieses Embargos aufrechtzuerhalten. Braucht das Flugzeug Ersatzteile, kann die Airline diese nur auf dem Schwarzmarkt bekommen. Das dient nicht gerade der Sicherheit. Ankunft im Büro der Hamburger Luftaufsicht. Mahlzeit! Hier decken sich die Kontrolleure mit aktuellen Flugplänen ein und stimmen das weitere Programm ab. Weil der wollte die EU-Regulation. So, hier sind wir, dass es zu spät. Und? Wir haben natürlich ein Diensthandy, wo dann auch so eine andere Alarm dann aufläuft. Ja, nee, das ist, wenn, das sind so SAFA-Alarme. Das heißt, wir kriegen dann aus Brüssel von Eurocontrol, kriegen wir dann Nachrichten über Flieger, die zum Beispiel reinkommen, die vielleicht kürzlich auf der sogenannten Blacklist war. Und wenn die das Bundesgebiet überfliegen, dann kriegen wir darüber eine Nachricht. Zum Beispiel, wir haben eine gehabt, die kürzlich auf der schwarzen Liste war, die also nicht nach Europa einfliegen durfte. Die hat jetzt wieder eine Erlaubnis bekommen, fliegt allerdings nicht nach Deutschland ein. Aber jedes Mal, wenn die den deutschen Luftraum überquert, kriegen wir eine Alarmmeldung. Zwei Stunden später, zurück auf dem Münchner Flughafen. Noch einmal treffen wir Harry Wagner und seine beiden Kollegen. Was hast du gesagt? Flieger? Flieger, es ist so drüben. Das Team hat seinen letzten Einsatz für heute. Ein südafrikanischer Airbus A340 älteren Baujahrs landet kurz vor dem Nachtflugverbot. Den Kontrolleuren bleibt nur eine halbe Stunde, sonst kommt der Flieger nicht mehr weg. Arbeitsteilung wie gehabt. Einer überprüft das Cockpit, die beiden anderen sehen sich in der Kabine um. Eine Flasche Shampoos blockiert das Schubfach. Ist die für uns, scherzt Harry Wagner. Hier haben wir den Arztkoffer und hier den Defibrillator. Die Putzkolonne muss sie sputen. Harry Wagner will das Notlicht auf der Toilette sehen. Die Stewardessen befürchten das Schlimmste. Das fehlende Toilettenlicht gibt einen Eintrag in der Europäischen Datenbank. Aber wenigstens kein Startverbot. 22 Uhr. Auf dem Münchner Flughafen beginnt die Nachtruhe. Nur Maschinen mit Sondererlaubnis dürfen jetzt noch fliegen. Der nächste Morgen. Harry Wagner und Olaf Zernig sind früh im Einsatz. Die Personaldecke sei dünn, erfahren wir. Das Flugaufkommen riesig. Als Taskforce-Kontrolleure sind sie ständig woanders unterwegs. Heute in Frankfurt. Wie war denn der letzte Check? Wurde das letzte Mal ein schönes Feld gemacht. Und vor allen Dingen war German Operating Firm, it has to be carried on board as Kobe. Die Crew der syrischen Maschine weiß noch nichts von ihrem Glück. Harry Wagner ist bester Laune. Noch jedenfalls. Heute übernimmt er die Kontrolle des Cockpits. Sein Kollege checkt die Kabine. Der dritte Mann im Team ist heute Ralf Hormes aus Frankfurt. Er nimmt den Flieger von außen unter die Lupe. Was er sieht, gefällt ihm gar nicht. Löcher im Rumpf. Und Öl unter dem Triebwerk. Aber viel schlimmer noch, bei Ankunft war der Gepäckraum hoffnungslos überladen. Ein schwerer Verstoß gegen die Luftsicherheit. Die ist ungefähr fünf Zentimeter unter der Deckenhöhe. Und die darf bei der Beladung nicht überschritten werden. Das ist die Feuerlöchseinrichtung. Wir haben hier zwei Smokdetektoren, sobald hier eine Rauchentwicklung besteht. Wenn es hier zum Beispiel anfeuern steht und Schwellbrand, der Rauch zieht hier durch, wird abgesaugt. Gleichzeitig lässt er Gas in die Kabine und die rüchten das Feuer. Zu allem Übel hat sich im Gepäckraum auch noch eine Deckenklappe gelöst. Da schrillen alle Alarmglocken. Ein überladener Frachtraum, eine lose Deckenverkleidung. Hier hätte ein aufkeimender Brand leichtes Spiel. Wenn dieses Panel oder mehrere Panel jetzt los sind, dann reicht das Gas nicht aus, um den Sauerstoff zu entziehen und das Feuer zu löschen. Dann wird das Feuer weiter brennen. Deswegen wäre die Löcheinrichtung außer Kraft gesetzt. Deswegen haben wir uns voll im Frühstück befestigen lassen. Nicht auszudenken, was im Ernstfall passieren könnte. Die Kontrolleure knöpfen sich die Crew vor. Wir werden alles tun, was nötig ist, versichert der Stationsmanager. Sicherheit sei für die Airline oberstes Gebot. Die Kontrolleure unterscheiden drei Kategorien. Wer in der dritten landet, so wie diese syrische Maschine, erhält Startverbot. Sie darf erst weiterfliegen, wenn der Schaden behoben ist. Ein Bußgeld droht der betroffenen Fluggesellschaft deswegen allerdings nicht. Also sind eigentlich die Folgen jetzt für diese Airline gar nicht so dramatisch? Ja, doch, weil der Eintrag in die SAFA-Datenbank, also in die Zentraldatenbank in Europa, schon ein wichtiger Punkt ist. Und was ich vorhin auch erwähnt hatte, das häuft sich ja. Die fliegen ja nicht nur nach Deutschland, auch die werden in Frankreich gecheckt, in Italien, in Großbritannien vielleicht auch. Und wenn sich dort mehrere Beanstandungen zu einem Thema häufen, kann es auch passieren, dass die Airline dort andere Konsequenzen bekommt. Kurze Zeit später landet eine moldawische McDonnell Douglas 82. Ein Flugzeugtyp, der in jüngster Zeit mehrfach traurige Schlagzeilen machte. Erst vergangenen Sommer verunglückte in Madrid eine Span-Air-Maschine diesen Typs beim Start. Auch schon 2007 stürzte eine McDonnell Douglas 82 in Puket ab. Da kontrolliert Olaf Zernig besonders genau. Das ist Öl, aber in einer nicht beachtenswerten Menge. Das ist wirklich im Rahmen. Ich denke, da ist irgendwas nicht ganz dicht, aber das ist im Rahmen. Währenddessen lässt sich in der Kabine Ralf Hormes von der Stewardess die Bodennotbeleuchtung zeigen. Teile der Beleuchtung funktionieren nicht. Von Sitzreihe 7 bis Reihe 17 fehlen die Lichter. Die leuchten nicht. Bei einem Flugzeugbrand würde ohne Licht kaum ein Passagier lebend aus der Kabine herausfinden, meint Ralf Hormes. Vom Kapitän verlangt er die Betriebsunterlagen der Maschine. Okay, you can take it back. Ne, normalerweise. No problem. I'm still alive. Normalerweise dann bloß Daylight Operation, oder? Bitte? Normalerweise dann nur Daylight Operation. Gehen kann ich. Wenn du noch auf einer Kabine hast, wäre es ähnlich. Das ist mit Tageslicht nicht zu tun. Jetzt haben wir gerade die Minimum-Equipment-Liste gecheckt. Das ist eine Liste, in der alle Systeme beschrieben sind, die ausfallen dürfen. Also die defekt sein dürfen und der Flugbetrieb kann dann trotzdem stattfinden. Und da gibt es keine Anstrengungen. Also sie muss vollständig funktionieren. Hormes erteilt der moldawischen Maschine Startverbot. Nebenan rollt ein Lufthansa-Jumbo auf Parkposition. Die Crew hat nichts zu befürchten. Die Taskforce kontrolliert nur ausländische Flieger. Eigentlich schade, findet Harry Wagner. So ein Riesenjet wäre jetzt ganz nach seinem Geschmack. Doch er wird sich wohl eher mit einem Kleineren begnügen müssen. Wir haben vielleicht momentan die Adria in Jugoslawien früher. Auch eine kleine Maschine. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Tonne machen. Hunderte ausländische Jets landen und starten tagtäglich allein auf dem Frankfurter Flughafen. Auch wenn sie sich noch so mühen, dem Ansturm sind die Kontrolleure nicht gewachsen. Bei diesem Flugaufkommen ist ihre Arbeit nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dann, endlich, ist der Flieger aus Moldarien startklar. Der Schaden wurde behoben. Nachkontrolle für die Sicherheitsprüfer. Wir machen einen Eintrag in die Europäische Datenbank. Außerdem wird die Maschine bei nächster Gelegenheit erneut gecheckt. In Frankreich, Deutschland, wo auch immer. Als wir losgeflogen sind, funktionierte die Beleuchtung. Das kann mal passieren. Sollte die Maschine noch einmal irgendwo auffällig werden, könnte das für die Fluggesellschaft das ausbedeuten. Daher wird die Airline in Zukunft vorsichtiger sein. Sie hat es erwischt, ein Zufallstreffer. Doch was ist mit all den anderen Maschinen, die nicht kontrolliert werden? Da bleibt nur die Hoffnung, dass nichts passiert. Untertitelung